Das war's, wenn man wieder Shorts durchsteht, dass er erst mal den Ball bekommt. Oh, let me in! Udonis, lost the handle momentarily, recovered it. Turnover's the result, Luis Alindi on the break and he finishes with a ferocious two-fisted. Padozabivic, bekommst ihn nicht an bei Maciuni. Platz, Lob, Olindi! Und wieder der schnelle Outlet, und Olindi lässt krachen. And Bologna's not gonna be in a rush to score. Stolen though, Olindi, this time he converst a slam dunker. It's a poor playing transition, a very capable facilitator, and a pie! So! Oh, dann ist es Luis Olindi! Bologna's not gonna be in a rush to six already, Lammers left his feet, probably wanted to travel instead. It's getting better and better, it should be six seasons in this competition. Ball movement, the linkticker, gefährlich, dann ist der Ball weg. Alba Berlin mit den Händen überall. Olindi, Abschluss, Pärdran! Bologna's not gonna be in the Nets, he's out beginning, he's out of the way! I can't believe it. Bologna's not gonna be in the ball. Man, he's out of the ball. We'll be in the ball. Focusing. Er ist ja erst mal eingegroren, nur Litlock-Wade in den letzten 11 Gängen. Er ist in dieser Komposition zurückgekehrt in der CUP letzte Woche. Alindy knackt. Alindy flasht hoch, Alindy macht die 3. Zumindest ist das mal ein High. Aber Alindy, der in dieser Saison den 3er sehr... Zuban trott, macht er bisher sehr gut. Voller drive von Alindy. Lower, continue, here's Rich Van in the form of the triple. Alindy drives, baseline, strong drive. Alindy. Taken a shot, yeah. And when he does. Alindy. Jogoldoosman cutting backdoor. Alindy fakes the 3, drives beneath the 5. Outline and gets the shoot. Blatt to Sigma, back out. Alindy's just hit one, puts it on the floor this time. Magic. Whips it away from the rim. Alindy, defended. Alindy puts it on the floor. Hayes-Davies, who goes through, gets it shot. Rejected by Comagic. And in fast break, Alindy! Alindy! By Sigma, he'll be credited with the steal straight into the hands of Jani Wessel. What a feed! And a... What a place for an outlet pass for Olindy! Fired but off the mark. From Jan Ulic, Loren Zajkis. His first field goal attempt to the game. That's it. They try to get good in position. Woah! He hasn't found his flaws, his spots yet. Slip! It's bad for the fans that he can't get them in the head. And on the other side, Alba Diga misses. Eight minutes, 12, with a 16-point deficit. Oh, Pai! He's a good one! He's a good one! He's a good one! He's a good one! Chorz with his scoring and last net, and he says, Sid for Sigma, the next... 4-3-15. Roots Sigmund, with a mismatch down in the low post. Any question? Oh, that's a delightful offer. Pai my chain. Looking to generate some room in to Olindy. He lost. He's a nice match to he's lucky. Good day, I take it. Mämas, Olindy, with the curl! Der Wotthi wird sich mit seiner Erfahrung aufbippen. Aber diese Attacken zum Korb von den Kreisheimern, die sind mit so viel Nachdruck und Lindy mit... ...Leishner betoppt ihn unter Kontrolle, das ist alles sie auf Kante genäht und Lindy... ...und das Ziel ist, wie es einer der gefährlichsten Stütze in der Liga ist. Flyburn gegen Louis de Lindy, 1-on-1, top of the keep. Attacks him, spins, comes back, strong side. ...Bildozer, guarded by Black, gets away from him, bounce pass. Pricing through a gap. Rebound ist bei Hoffmann mit ein bisschen Glück und er wird abge... ...und jetzt Tempo von Schortz. ...Wortz, zum Korb gegen Olympi, der ist mit der Hand dran. ...Wortz, zum Korb gegen Olympi. Für Jalen Smed. Er hat sich in die 3m Genre star für Alba für die 3d Quartier. Up zu 14 points. 7 in der Liga, Hauert. GameStop scorer mit 15. Kostelo Hasn't been in it too much How about the pass from Coffett Driver von Chris Pomagy 20-point lead And it's a 10-0 run To begin the second half Paris Lee has his shot rubbed out by Lewis Landed by Albert Jared Harper's probably going to keep it himself He drives Creative take to the Hill Good drive Andrew Andrews Off the mark 36 Shield Fucking hard against Tough difference Nick Wilder Web Guckt mal auf die Uhr Findet Cassius Winston Gegen Lewis und Lindy Winston Nein Die Pfeife bleibt 90-kurz noch auf der Uhr Sucht immer nur nach seinem ersten Erfolg Aus dem Feld Der Fasselt die Ecke Späler Wurf für Pjan Ob entschieden hatten Können sich da nochmal angeschaut haben Da ist wieder Schorks Der ist A kurz Okay He will go Never 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 He wants to find Veseli Hands it off to Satoransky Instead Gets it back He's got the hot hand right now Higgins Stucked to on the perimeter By the length of the defense He has also no ball loss But They will get Bonn defensive Auf geht's wieder. Wie kommen wir in die Zone?